Süße Nachrichten Waschbären sollten nicht süß sein? Diese 35 Bilder beweisen das Gegenteil mehr Spaß, süße Neuigkeiten. Alle, diese Woche hat unsere geliebte Emily einen Beitrag darüber veröffentlicht. Warum Waschbären nicht so, jö, sind, wie wir alle denken? Der Kurs kann uns hier nicht angeboten werden. Deshalb vereinen wir uns heute, um das Gegenteil zu beweisen. Mit dem Ganzen, jö, sollten wir jedoch immer noch bedenken, dass dies wilde Tiere sind, die gefährlich sein können und die sie besser fernhalten. Wir beginnen den Tag mit einem gesunden Frühstück, dann in die Dusche springen. Die morgendlichen Leute unter uns haben möglicherweise bereits Sport gemacht. Hoffentlich ein bisschen anmutiger als diese Wäsche. Andere brauchen eine Dusche, um aufzuwachen oder ein ganzer Poolcafé. Zeit, den Schwimmbad zu besuchen. Dann wird es bald wieder Zeit für das Mittagessen geben. Danach beginnt der Familienausflug. Sie sind keine echte Wäsche. Wenn Sie nicht mindestens drei Mahlzeiten pro Tag stehlen. Wenn Sie abends so müde sind, dass Sie im Badezimmer fast einschlafen. Wahrscheinlich das traurigste Gift der Woche BFFS. Damit wir heute nicht nur süße Müllpandas betrachten, folgen ein paar Fakten den gemütlichen Tieren. Früher lebten sie nur in Nordamerika und sind seit den 1930er Jahren auch in Europa weit verbreitet. Die Tiere sind bereits in der Schweiz angekommen. Die erste wurde in den 70er Jahren im Kanton von Schaffhausen entdeckt. Waschbären leben zwei bis drei Jahre alt. Sie sind nachtaktiv. Sie schlafen oft im Winter. Aber machen Sie keinen echten Winterschlaf. Sobald es wieder ein wenig wärmer wird, halten Sie an, um zu dösten. Waschbären haben praktisch keine natürlichen Feinde. Ihre Speisekarte enthält Fische, Vögel, Frösche, Mäuse und Eidechsen. Sie gelten als Omnivore. Wie wir Menschen haben sie fünf Finger. Wissen Sie, wie eine Gruppe von Waschbären genannt wird? Wie heißt eine Gruppe von Waschbären? Rudel-Blick-School Natürlich sollte eine Zunge heute nicht fehlen. Reddit oder zwei letzte Tatsache. Über Waschbären für heute eine Gruppe wird als Blick bezeichnet. Kennen Sie mehr Fakten über Müllpandas? Schreiben Sie sie in die Kommentare. Sie können nie genug Waschbabys haben. Sie haben noch einer, wenn Sie Ihre erste Kletterstunde haben und nicht wissen, wie man runtergeht. Sie haben noch nicht genug Waschbärbabys? 19 hier sind süße Waschbärbabys im Gur. Wir hatten schon einmal. Aber es ist einfach zu gut. Um nicht wieder zu bringen. Nicht wieder. Du bist definitiv furchtlos hat jemand, Ressling, gesagt. Was machst du in meinem Haus? Mein Baum. Und auf Wiedersehen.